Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Es geht auf in den galaktischen Modus und ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Der Kanonenpokal. Versuch dich gegen absolute Experten für gefährliche Torschüsse. Alles klar? Dann lasst uns das mal probieren. So, wir machen natürlich immer Auto. Also, ähm, ich denke, ja, nee, komm. Lass uns erst mal bei Donkey Kong, Bowser und den beiden Brüdern bleiben. Bevor ich jetzt hier irgendwie schon wieder was probiere, was dann gar nicht funktioniert. Und hinterher meine ich dann, ja, das war kacke, ich hätte das nicht probieren sollen. Also, lassen wir es einfach. Komm, wir zocken einfach im Lavaschloss. Das finde ich irgendwie am coolsten. Also, let's go. Wir treten gegen die Super Mushrooms an. Die auch einen Bowser haben. Aber die haben generell ein gutes Team eigentlich. Aber dafür sind sie wenigstens nicht so schnell. Oh mein Gott, was? Alter. Aber dafür sind wir schnell. Schaut euch mal an, wie Mario nach vorne gerannt ist, direkt nachdem ich den Ball bekommen habe. Achso, ja, okay. Sieht man jetzt nicht. Schade. Aber das war krank. Geile Aktion von Mario, der direkt an Bowser abgeben kann. Oh. Donkey Kong. Ja, komm, Donkey. Ach, schade. Komm, dafür kriegen wir jetzt ein Item. Hau ab. Schade. Was? Oh, da habe ich mich gerade verrückt. Ich wollte eigentlich kein Item einsetzen. Als ob. Als ob. Donkey Kong. Jawohl. Schön. Der Lupfer vom Tor ist einfach viel zu krass. Damit macht man ziemlich oft ein echt gutes Tor. Voll mit Leuten, die gut schießen können. Wo Donkey Kong, glaube ich, noch nicht mal dazu zählt. Schade. Ja, okay. Das ist jetzt Kacke. Hau ab. Donkey Kong. Oder Bowser. Bowser. Jawohl, komm. Ach, schade. Ja, komm. Da wurde ich jetzt aber richtig aus dem Weg gekloppt. Kann ich nichts gegen machen, leider. War aber auch ein schönes Play von dem. Aber gut. Ach, Mann, ey. Ich habe doch... Ich habe doch Ausweichen gedrückt. Hau ab. Ach, Mann. Zu spät losgelassen. Was? Wie ist der durchgekommen? Wie zum Teufel ist der durchgekommen? Hä? Was ist das für ein Betrug? Er ist direkt durch den Torwart durch. What the hell? Ja, komm, Alter. Ja, schade. Können wir nicht gefoult worden? Komm, Bowser. Was? Was? Och, Mann. Och, komm schon, Alter. Hau ab. Jawohl. Schön. Schöner Treffer. Ich wollte mir eigentlich mal den Ball holen und... Quatsch, die Kugel holen. Aber es geht halt nicht so gut, wenn man den Ball hat. Ja, aber Tore gehen gut. Und zwar mit dem Lupferpass. Und vor allem, wenn Bowser schießt. Haha. Hau ab, Yoshi. Ach, komm. Ich habe doch gerade gedrückt. Nein. Oh, in den Torwart reingeschlittert. Ja, komm. Luigi, Bowser. Ah, schade. Hm. Jetzt gib mir doch mal die scheiß Striker-Kugel. Komm, zu Donkey. Ah. Das wird... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das wird wieder ein Gegentor. Autsch. Roten Panzer für die. Das ist schlecht. Jawohl. Schöne Ballabnahme. Schade, dass ich nicht schießen durfte. Komm. Mario. Donkey Kong. Donkey Kong steht gut. Und ich werde gefoult. Klar. Hä, warum geht... Ja, okay, komm, komm. Jetzt habe ich auch mal die Striker-Kugel. Nein. Jetzt. Mach doch mal... Mach die scheiß Kugel nach vorne da. Ja, die setzen natürlich alles daran, dass ich nicht nach vorne komme. Hä? Ich habe doch gedrückt. Ja, okay, komm. Ist sowieso vorbei jetzt. Weg damit. Unfertig. 4-2. Es war schwerer auf jeden Fall. Klar, 4-2 zeigt das Ergebnis ja auch. Aber jetzt nicht so überkrank, muss ich sagen. Hm. Mal schauen, wie es so in den nächsten Matches läuft. Und vor allem auch im nächsten Cup. Komm. Weiter. Ja, komm. Intro könnt ihr euch stecken. Haben wir jetzt genug gesehen. Hau ab. Ah. Irgendwie kommt man... Nicht so gut an den Ball. Oh doch, ab, Mann. Ja, schade. Pausa. Ja, schade. Weg mit dir. Oh. Hallo. Warum schießen die denn nicht? Und vor allem, warum schießt Donkey Kong so tief? Pausa, komm schon. Hä? Wie komisch ist der Ball denn da gerade geflogen? Jetzt aber. Komm. Jawohl. Alter, ne? Wie er das Item einsammelt. Fehlt das? Ach, wir haben sowieso schon maximal, ne? Haha. Pausa? Schade. In der Luft abgenommen, das Ding. Ja, kommt zu Bowser. Jawohl. Schön, alter. Bowser ist wieder richtig fett am Start hier. Und sie ist aggro. Verständlich. 2-0 ist nicht schlecht. Komm, Luigi. Ach, komm schon, alter. Ja, schön. Schön abgebrochen. Bowser, komm. Haha. Viel zu geil. Nice. Nice. Ist einfach geil. Ich bin froh, dass ich den ausprobiert habe. Ist echt... Huh? Ja, alles klar. Gut. Da zeigt sie mal ihren Rage. Und zeigt, dass sie keinen Bock mehr darauf hat. Dass sie gewinnen möchte. Ja, aber ich bin echt froh, dass ich Bowser ausprobiert habe. Ist keiner mehr übrig. Ach man, ey. Ich werde so fett weggefault. Ja, halt's Maul, Rosalina. Hast du schön gemacht. Toll. Hau ab. Da. Und Bowser, komm. Ja, komm, Bowser. Bowser, Bowser, Bowser. Bowser, Bowser, Bowser. Hier, Donkey Kong. Jawohl. Sehr schön. Richtig gut. Da hat uns seine Kraft echt gut weitergeholfen. Der Keeper hat ihn gehalten. Aber es hat nicht gereicht. Weil der Schuss zu stark war. Und den... Och, Mann. Und der Ball hinterher noch ins Tor gerollt ist. Ich komm nicht mehr an den Ball. Ich muss auch öfter foulen. Muss vorausschauend... ...spielen. Und... ...gucken, dass ich dann... ... auch öfter faule. Äh? Komm, Donkey. Luigi. Schade. Hopp. Ja, komm. Irgendwen. Irgendwen. Komm, gib her. Mann, Alter. Da hab ich gerade verkackt. Aber scheißegal. Mann, ey. Jetzt Triaden die richtig fett rein. Denn... Vor allem hatte ich leider auch gerade... ...überhaupt keine Items. Ja. Und wenn die... ...das Tor machen... ...dann ist vorbei. Ich... ...will doch gar nicht nach... ...rechts. Hallo. Schieß ihn doch rein, Mann. Okay, schön. Schön. Bowser, Bowser, Bowser. Komm. Ach, Mann, Alter. Nein, was? Komm, komm. Jawoll. Sorry, dass ich da gerade stiller war. ...und nicht wirklich kommentieren wollte. Aber ich musste mich gerade echt konzentrieren. Weil... ...das dann noch zu verlieren, wäre echt bitter gewesen. Alter, ne? Okay, es wird schwerer. Und das ist erst... ...der erste Cup. Das ist erst der erste Cup. ...wird... ...in den späteren Cups... ...wahrscheinlich... ...ziemlich was zusammenschneiden müssen. Oder vielleicht bleibt das auch so. In etwa. Nur die haben halt dann noch ihre Buzz. Komm. Donkey Kong. Okay. Hau ab da, Mann. Oh, was? Das war sogar ein echt schönes Play. Hau ab. Komm. Mach ihn doch endlich mal rein. Ähm... Okay. Jetzt stehen wir kacke. Okay. Ja, direkt zum Keeper zurück. Aber warum schießt er denn dann einfach nach vorne? Ja. Trämmlich guter Schuss wieder von Bowser. Ja, komm. Jetzt haben wir aber mal die Kugel. Und... Können wir es auch nutzen? Nicht wirklich, ne? Ah, doch. Guck mal. Das zählt! Was? Oh, mein Gott. Toad war mir richtig am Arsch geklebt. Da habe ich mich gerade aber auch mega konzentriert. Das ist wichtig, Leute. Das ist mega wichtig. 2-0. Hopp. Oh, wie's lag. What the fuck? Ja. Asi. Alter. Oh, ab. Kann ich mal den scheiß Ball haben? Woher haben die andauernd die Kack-Items? Bowser. Ja, gut. Dankeschön. Alter, ne? Mach dich weg. Bowser, Bowser, Bowser. Ich wollte ihn doch zu Bowser passen. Okay, er ist noch zu Bowser gekommen. Hopp da. Komm, jetzt zu... Die Items nerven. Die Items nerven richtig hart. Komm, zu Donkey. Okay. Ich muss nach hinten ausweichen. Weil er versucht immer... Wenn ich am Zaun... Wenn ich Werner am Zaun laufe... Versucht er dann immer vom Zaun weg auszuweichen. Und das ist dann meist in den Gegner rein. Das ist kacke. Das ist richtig, richtig... Scheiße. Komm. Jawoll. Äh? Nein. Nein. Hol dir den Ball. Als ob. Macht euch weg da, Mann. Komm. So, Mario. Nein. Nein. Ach, komm schon, Mann. Ich kann doch nichts machen, wenn die die ganze Zeit perfekt faulen. Alter. Nein. Ich will doch nicht. Ich will... Ich will doch nicht immer durchwechseln. Geh doch zu dem, der am nächsten am Ball ist. For fuck's sake, Mann. Wechsel immer zum richtigen. Und dann wechsle ich nochmal weiter. Und dann muss ich... Ganz durch wechseln. Das ist richtig kacke. Jetzt haben die natürlich das Ding in da. Oh, schöner Schuss, Luigi. Oh, mein Gott. Okay. Lucky. Hau ab. Au, sag, komm. Die Scheißdreck. Hau ab. Alter. Mach dich weg. Jawohl. Und... Schön rechts unten. In die Ecke. Ist das ein Upfuck. Ist das ein Upfuck gegen die. Alter. Hey. Aber... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das... War der erste Pokal... In... Ja... Was ist das eigentlich? Im galaktischen Modus. Genau. So hieß er. Glückwunsch. Kanonenpokal gewonnen. Vielen... Vielen Dank. Meine Fresse. Gut, Leute. Dann, wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht schon getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, was vielleicht wieder ein Kirby-Part wird. Ich denke, ich habe mal wieder Bock auf Kirby. Und ich brauche auf jeden Fall auch erstmal eine Auszeit von dem Spiel. Gut, aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Kombo-Pokal wieder. Bis demnächst und ciao. Bis zum nächsten Mal.